Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war frisch beim Friseur und habe mich vorbereitet auf dieses Video heute, denn heute gibt es die 10 besten Tipps, wie du Kinder auf Hochzeitsfeiern ablenken kannst. Dabei wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß. Ja, kommen wir zum ersten Punkt und zwar zur Fotobox, Fotoboost empfehle ich euch, denn da verkleiden sich die Kids, können sich direkt ansehen, wie lustig sie aussehen. Das bringt eine jede Menge Spaß und achtet aber bitte darauf, dass ihr eine kleine Erhöhung für die Kinder habt, denn je die Fotoboxen mit der Kamera, die sind meist sehr hoch eingestellt und dann könnten die sich letztlich gar nicht sehen. Als zweiten Punkt ist es eine Kinderdisco, die könnt ihr vor oder nach dem Abendessen machen oder vor und danach, völlig egal. Und die Musik muss ja nicht ganz so laut gedreht werden, aber wenn der DJ schon mal ein paar schöne Kinderhits spielt, können die schon mal tanzen und sich ein bisschen austoben. Tipp Nummer drei ist eine Kinderbetreuung, die die ganze Zeit auf die Kids aufpasst und das hat natürlich den Vorteil, dass eure Gäste sich viel mehr um die Feier kümmern können und viel mehr mitbekommen. Punkt Nummer vier, macht einen kleinen Tisch bereit, auf dem Malsachen liegen, Bücher, was zum Lesen, wo die Kinder sich beschäftigen können und abgelenkt sind. Tipp Nummer fünf, sollte eure Location einen großen Garten haben, dann stellt auf jeden Fall was zum Spielen für draußen bereit. Das kann Hula-Hoop-Reifen sein, Springseil, Bälle, verschiedene Spiele, Tennisschläger, wo man sich zuspielen kann. So sind die Kids auch wieder perfekt abgelenkt. Wenn euch mal interessiert, was man machen kann, dass die Erwachsenen abgelenkt sind, zum Beispiel dann, wenn ihr euer Brautpaar-Shooting habt und die Gäste schon an der Location stehen und erstmal nichts passiert, da habe ich euch auch nochmal zehn Tipps aufgeschrieben und da habe ich ein Video gedreht, das findet ihr hier oben in der Beschreibung. Als sechsten Punkt könnt ihr natürlich die Kinder mit in die Hochzeitsfeier integrieren, das geht am besten bei Spielen, da können sie wunderbar mitwirken. Zur Trauung als Blumenmädchen, Ringträger oder zum Seifenblasenpusten beim Auszug, wenn ihr aus der Kirche kommt. Jetzt kommen wir zum siebten Punkt. Schaut, dass ihr ein kindertaugliches Menü zaubert, Schnitzel mit Pommes oder sonstiges und so halt auch die Kleinen das Essen auch bekommen, bevor die Erwachsenen das Essen kriegen. Dann sind die nämlich auch schon mal wunderbar abgelenkt. Als achten Punkt haben wir die Einwegkameras. Da könnt ihr den Kindern Einwegkameras in die Hand drücken und sagen, Mensch, fotografiert doch hier die Gäste und so werden die zu kleinen Fotografen und können sich wunderbar die ganze Zeit über austoben. Als neunten Punkt sind es die Heliumluftballons. Ich meine, das liebt doch wirklich jedes Kind, oder? Wenn man einen Heliumluftballon in der Hand hat, der irgendwie eine schöne Form oder ein schönes Muster hat und dann durch die Gegend spaziert, das gefällt wirklich jedem. Jetzt kommen wir zum zehnten Punkt und zwar prüft doch mal, ob eure Location auch WLAN hat, denn dann könnt ihr auch für die älteren Kids was WLAN bereitstellen und die können sich im Handy oder im iPad ein bisschen ablenken beziehungsweise können natürlich auch die Eltern für die Kleineren mal einen kleinen Zeichentrickfilm laufen lassen und dann passt das auch schon wieder wunderbar. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video und das waren die 10 besten Tipps, wie du Kinder auf deiner Hochzeitsfeier ablenken kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hier meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns ganz schnell das nächste Mal. Euer DJ Martin. Ich hoffe, es hat dir gefallen.